Film. Nur unbewegte Bilder. Mit Dunkelheit dazwischen. Aber der Sehnerv hat eine kleine Schwäche. Wenn ich also 24 Bilder pro Sekunde hintereinander abspiele, dann erzeugt das die Illusion von Bewegung. Die Illusion von Leben. Das Dunkle seht ihr nicht mehr. Da vorn seht ihr nur das Licht. Nichts entsteht ohne Licht. Das Dunkle seht ihr nicht mehr. Das Dunkle seht ihr nicht mehr.